Jo Leute, was geht's? Okay, ja. Ich muss mal kurz schauen, ob meine Audio in Ordnung ist. Boah, ich auch. Peter, du holst mich hoch, wenn ich sterbe, ne? Nö. Alter, unser Rock ist so am Arsch. Warte, wo ist immer ne Pfeiler? Hier ist aber ne Pfeiler. Alter, nee, lass wirklich weg von der Insel erstmal Plastik holen. Ich will das wirklich... Nein. Wie nein? So. Unser Rafterfeld. Junge, ich dachte, meine Tür ist zu auffangen, die ist aber zu gewesen. Ja, wahrscheinlich! Ich fand keine heiße... Junge, schwirrtot, was ist mit dir? Zwei Haie. Er ist so schlecht, ne? Ohne Hit. Junge, die Kirche ist einfach gleich tot. Junge, er stellt dir was Essen drauf. Da, Junge. Haben wir mit Teilbarung? Oh, das ist lecker. Ja, ich würd es ein bisschen manchmal, ne? Mit den nackten Füßen dafür also. Soll ich... Oh! Wichtige Frage! Wichtige Frage! Oh, meine Fresse ist hier wichtig! Soll ich mir gleich... Soll ich gleich nach McDonalds fahren? Mit mir, ja. Oder ich kauf mir Paddy's und mach mir Burger hier. Also, du musst aber einkaufen fahren. Hält dich. Ich hab schon echt Bock auf sich gemacht, Burger. Wenn ich mal McDonalds essen muss, dann muss ich 50 Jahre lang scheißen gehen, Alter. Was? Was? Was ist denn, was ist denn da? Wanns jetzt reingehen? Wanns jetzt so Bauchschmerzen und war dann irgendwie 20 Minuten auf Klo, Alter? Nee, das war locker. Okay, kommen wir Pizza. Wo bist du? Bist du bereit, Pizza? Ich bin hier. Sobald einer low ist, okay? Gehen wir direkt zurück. Weil einer war klar. Was willst du eigentlich? ich hab kein essen ich habe es gibt ja okay 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 ich hier oben ist ein raum versuch einfach so schnell wie möglich what the fuck ich hab Luft 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 was ist da da ist ein Anglerfisch der greift an ich will den natürlich haben der hat mich gesehen oh mein Gott das sieht gruselig man ach nein ja er hat mich gekehlt ja ey gull doch wie ich hab gesagt wenn einer wo ist gehen wir ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße wir werden alle zurück haben wenn du es gesagt hättest mehr andere Fische es sind mehrere сохран fische ich fand du hast du scheiße ihr verdorst du ach du verdorst sis Yo ah ich bin aus dem Wasser raus ich bin aus dem Wasser raus ja warte ne 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 warte me bei mir bist du da finde doch nicht vor also ich muss Dommel retten ich muss Dommel retten das ist meine Pflicht aua aua die machen scheiße für Schaden die Anglerfische nein nein die quallen aua ich bin Moni ich bin Moni ich bin ich bin Dommel ich bin Dommel Krass. Ich bin krass. Ich bin krass. Alter, Pizza. Geiger. Bist du aufm Raft? Ich bin aufm Raft. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich frage ob es Bock hat rüber zu kommen und machen zusammen Burger. Wieder mit dem Mädchen. Warum ist der Haie stuck hier drin? Der Haie ist stuck im Fahrstuhl. Ich hörte sie heute Morgen an mich reden. Sie nennen mich den Grabber. Gefällt mir langsam. Ich hab mir das Versteck verlegt. App ihm. Es ist jetzt höher auf den neuen Stock weg. Direkt vor ihrer Nase. Der Haie ist vor mir. Ich liess weiter. Der Vorarbeiter beschwert sich über das Fehlen von Kameras. Ha. Ist ja das wichtig. Alter, ich schreck mich nicht so. Hallo. Was ist das schöne Lesenstunde? Ich würde nicht beschwert. Junge. Ich bedroht. Junge, Mann. Dann lese ich wieder vor. Ne, dann dauernd du liest es vor. Ich liest es vor. Ich liest es vor. Ich bin hier in irgendeinem Apartment. Ja, Domils, liest doch mal vor. Warte mal, bitte. Ist das tot und Dom ist nicht auf dem Raft? Ich bin nicht auf dem Raft. Ich bin mit euch rein. Ja, ne. Wo ist Pizza? Der ist tot neben mir. Äh, dann hol mich doch. Ja, ich... Ne, ich lüchte es jetzt mal. Was war's? Sag's ihm nicht. Unten längs. Direkt wie ihre Nase. Der Vorarbeiter beschwertet sich über das Fehlen von Kameras. Ha. Als wäre das wichtig. Ich wollte nicht erwischt werden. Selbst wenn die Wände Augen hätten. Ich fange an gut darin zu werden. Der Grabber. Der Anglerfisch ist übrigens weg. Ich hab richtig Angst. Russiger als Phosphonphobia. Mh, wir machen das gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. Digga! Oh, das ist der Anglerfisch auch. Alter, hab ich mich eingeschissen. Komm mal was dommeln vor mir. Junge. Du bist so ein Wisch hochholz. Ja, ja. Ich bin tot. Boah, easy. Dommel, Digga. Ich hab noch was geblieben. Wartet einfach bitte. Ich hab noch was geblieben. Ich hab noch was geblieben. Dommel, ich glaube, wenn er eine Millisekunde da reingeht. Wenn er seinen kleinen Zeh da reintut. So. Ich geh jetzt runter zu Dommel und hilf ihm. Scheiß auf Dommel und lass alleine reingehen. Ich hol mir jetzt einen Speer damit gefährlich. Ich kann nicht das rein. Ich bin aufm Rat. Und wer soll das bezahlen? Der Speer ist ja über billig. Ja. Ich hab auch einen Speer. Mach ich. Ich craft mir sogar zwei, weil ich cool bin. Weil ich cool bin. Achso. Ich dachte jetzt so würde ich dann craften. Ich hab's wahrscheinlich damit gecraftet. Ich craft mir trotzdem zwei. Zack. Zwei gecraftet. Ich hab jetzt auch zwei. Ja. Der liegt die Pfau, die Sackle. Ich kann ja kurz ganz... Oh, mein Speer geht kaputt, wenn ich geschlagen. Habt ihr geschlagen? Oh, mein Speer geht kaputt, wenn ich bitte schlage. Ja, ich bin so abhärtend. Achso, Holz aber dann kannst du mich schafarieren. Ich hab ja was gemacht. Ich hab ja was gemacht. Ich hab ja was gemacht. Ist was. Egal, ich war dann am Anfangsprinzip habs. Ja, ganz ehrlich. Ich hab ja was gemacht. Lauf da drüber und scheiße. Und er wird's trotzdem essen. Boah, wie schnell. Ich hab ja was gemacht. Ich hab ja was gemacht. So müssen wir uns schon richtig auf den Zähn weppen. Ey, der ist sauer. Okay, lass rein. Und rein da. Äh, der Hai greift euch an. Ist mir egal. Au! Was? Was hat der getroffen? Jetzt! Okay, ich geschmele weiter, ich geschmele weiter, ich geschmele weiter. Müsstet ihr bei G seid, äh, müsst ihr da so hochgehen. Ja, jetzt sind wir Wanschen da oben überall. Oh. Oh. Soll ich mal noch mal ins Kieren? Never. Okay, ich riskier's. Hier ist ein Anglerfisch, oh mein Gott. Ja, ja, das ist ein Anglerfisch, das ist ein Anglerfisch, das ist ein Anglerfisch, das ist ein Anglerfisch. Oh mein Gott, dass du mir helfst. Du gehst voran, du hast mehr HP als ich. Junge, ich bin ein Monat, glaube ich. Komm, ab, Junge. Alter, du mal Angler. Nun, wir baden, geh doch in Baden, Dommel, lass ihn. Leute, helft mir mal, helft mir mal bitte. Aua! Wir kennen gerade ein Anglerfisch. Ja, hier unten ist er ja den auch killen können. Das ist verpackt, das ist weg. Da ist der, da ist der weg. Oh, absolut. Ist ja wirklich weg. Ja, wir haben durch die Watt gekriegt. Okay, bist du links oder rechts? Oh, jetzt. Hier. Oh, hier ist ein Luftloch. Hier, da oben. Komm, 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 komm. Kill den, kill den. Okay, ich geh vor. Hier ist er. Der hat schon ein paar abbekommen. Ja, rein da, los. Der macht jetzt so viel damage. Oh, oh, mein Gott. Jetzt ablocken wir den Hei, wenn er aufhört. Aber das ist der Teil, das ist der Teil. Ja, ja. Nice, nice. Aber wenn du halt in den Bauch doch nicht. Aua, 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 aua. Wir stechen ihn ab. Ich bin wollen, ich bin wollen, ich bin wollen. Ja, ne. Okay, schaffte schon. Okay, ich hab das letzte Teil gefunden. Ja, dann lass mal zum Licht ein. Ja, da hier ist ein Hei, ne? Ich muss nicht an einen Hei. Hey, ich seh den nicht. Ich bin da ein bisschen weiter. Ich bin genau beim Hei, ne? Wir sind beide da. Oh, mein Gott. Okay, ich hab einen, ich hab einen. Ich hab Simpy. Oh, Dinger, Dinger. Ich geh raus, ich geh raus, ich geh raus. Oh, der Unterkunft. Oh, mein Gott, schon wachst, schon wachst, schon wachst. Eine Stunde, eine und drei. Oh, mein Gott, schon wachst, schon wachst, schon wachst. Oh, mein Gott, schon wachst, schon wachst. Ich hab Simpy gebetetet. Alter, danke, bitte, danke. Jürgen, ist so ein Schuhsammlung hier. Jürgen, voll gut das. Hey, das sind meine Schuhe, die ich mal anziehe. Jordans, die Jordans. Junge, was ist denn, wer ist das, Alter? Diese Jordans. Alter, war das geil. Alter, die komplette Sohle. Das war einfach so ein Mund oder so. Das war richtig so unheilig in Ohio. Darf ich machen? Ja. Abgemacht, haha. Boah, die beiden Pisten, die sind weg. Alter, ich brauch Luft, Digga. Wofür ich da reingehe. Oh, Pizza, Pizza geht vor. Da ist Luft, da hinten ist Luft. Da ist Luft. Pizza geht nicht vor, wenn da stirbt, Alter. Ich warte auf euch nicht so mit Daumen. Wir arbeiten nicht mehr an neuen Stockwerk. Alle haben Angst vor dem Grabber. Es ist die Rede davon zu gehen, bevor das Wasser noch höher wird. Zu diesem anderen Bauprojekt aufrechen, das in Flößern übernommen wurde. Sie nennen es Utopia. Ey, das war so letztendlich, glaube ich. Oder? Nein, das war die, von der immer geredet wurde, kann es sein? Ja, wird sein. Vielleicht ist Utopia die... Letzte. Letzte? Ja. Ha! Die einzige Utopia, die ich brauche, ist genau hier. Ich habe begonnen, den Tom zu rischen und so lange... Nein, stopp, 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 stopp. Die einzige Utopie, die ich brauche. Die einzige Utopia, die ich brauche, ist genau hier. Äh, hat jemand Essen? Digga, ich bin One-Hit, ne? Ich bin One-Hit. Warum? Warum? Digga, weil er doch mir eine Falle angemacht hat oder so. Alter. Nee, die ist... Aua! Junge, du hast aber Schaden bekommen, bist du doch. Aua! Aua! Junge, Junge. Ich habe aber nur vom zweiten Ding Schaden bekommen. Junge, du hast... Alter, wie du hast genug ist! Digga, du bist weg gewesen, du Wichser! Was? Wir haben nicht mal eine Hitbox, bist du doch? Dooooch! Hä? Ja, du warst nicht mehr da! Aua, ich bin One, ich bin One, ich bin One, ich bin One! Kennst du diese Memes so, me when bro, äh, save me, 1v5 oder so? So fühle ich mich gerade, aber so, One vs. Stacheln. Iiiiih... One vs. Stacheln. Und dann ist es so, diese Anime-Metrie, kennst du diese Memes? Nein, absolut nicht. Schau dir gerade zu, Pizza, schaffst du? Ich hab mal Angst, dass der Formel hinter mir ist. Ich bin tot. Och, Digga, ich seh... Nicht ehrlich? Muss ich jetzt zurückkommen? Also wenn du es überlebst, wenn du jetzt, äh, nicht volles Leben hast, dann würde ich jetzt einfach gucken, dass du halt regenerierst. So. Ja, ich guck jetzt erstmal, dass ich regeneriere. Ja? Okay. Ah, ja. Ich bist jetzt zum Großlager, okay, komm, Pizza, wir gehen zum Großlager. Komm, Pizza. Sag mal, holst du es jetzt, da? Ja, ja, ich suche hier gerade einen Weg raus. Wo bist du? Warte. Hier. Am Liegen. Im Bett, natürlich. Auch so eine Feder, welch ein Kessel. Das ist halt das Großlager, das, was ich halt schon vorher gefunden hatte. Ach, und da seid ihr gerade. Ja, da sind wir gestorben. Können wir euch befreien? Ich würde jetzt zurück zum Raft. Nee. Ich bin natürlich auf dem Raft. Kann mich nicht nochmal befreien. Kann mich gerade. Danke, dass du das auch gut hast. Ich habe... Ich habe... Äh... Der Panzerpaust. Ja, sag dann. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich bin einfach so in meinen Garten eingepänt. Und da bin ich eine Stunde später aufgewacht und habe, was du kommst. Er bewegt sich. Ist das cool oder nicht? Gut, dann erzähl ich es euch doch über ein andermal. Wir gehen weiter. Jo. Ja, tja. Sag mal, hast du noch genug Essen und Trinken? Äh, ich habe... Einen Schluck Wasser noch. Scheiße, Flomme, Alter. Hier ist doch genug Wasser. Das muss ich gerade sagen, guck dich mal oben. Guck mal nach vorne. Alter. Alter, Loot. Alter, Loot. Alter. Ich bin schon... What? What the fuck? Was ist das? Alter. BTF ist mit uns. Ja, Mann.